Hey forward, it's going to be only America first. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax, it's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? The golden era of America is now underway, believe me. Trump und das Thema Umwelt. Wenn der Präsident dazu twittert, liest ganz Amerika mit. Reagiert interessiert, belustigt oder einfach nur verärgert. Donald Trump, ja du, ich will, dass du dieses verseuchte Wasser trinkst und die verseuchte Luft atmest. Aber das traust du dich nicht. So verrückt bist du nicht. Raus aus den Klimaverträgen. Trump spaltet die Staaten. Auch beim Thema Umwelt. Wirtschaft gegen Natur. Wohin geht die Reise? Spurensuche in einem zerrissenen Land. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is over. Das ist ein ZD-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Vielen Dank.